und der schläftig wo man auch holl was soll der schweiz nein tot ja tot rutschpartie gemacht soll ich in dem zeichnen wo ein Auto im Arsch ist dann hat das andere immer noch etwas ok ja aber wir haben noch eine Werkzeuge und es zeigt alles dabei ja gut komm mit der Raketen da herkippe meine Wäsche ja alles passiert das hab noch nicht passiert oder was ja gut ok ich kann nicht downgraden lass ich den schlüssel wirklich da ok ich muss ungen da alles den Todi machen ich achse jetzt den Typen da oh ohne einen Grund hab ich jetzt gebrochene Beine das Spiel mag mich grad wirklich einfach so bewusstlos und gebrochene Beine hm ja nicht verbinden nicht verbinden bloß nicht verbinden das hab ihm wirklich erschlagen den Typen ich glaub ich spinn super Schuss ja ich blute wie Sau also ich stirb jetzt eh gleich beim Herfeld ist auch nichts los ja ausrüsten jetzt mittel das nicht ach du heiliger Scheiße da kommt der Blackhawk ach Gott am Herfeld ja ich bin so gut wie tot scheiße ach du scheiße wie schnell kann der Blackhawk fliegen noch die 300 ach Mist er verfolgt mich die kann nicht mit meinem Little Bird abhängen tief und schnell ich werd's versuchen scheiße jetzt schieß es auf mich ein bisschen weil es so schwierig zu treffen ach du scheiße du darfst schon schuld ach der klebt mir voll im Arsch oh ähm hast du für Force Trade dribbelt? boah weiß ich nicht könnte sein wäre vielleicht eine Idee doch dass du gibst dass du sagst schweiß die blödel die das die Ah, runter mit dem Vogel, runter mit dem Vogel, schneller! Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Durch. Leck mich im Arsch. Oh, oh, das wird hart. Aua, 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 aua. Tauti, der fliegt heute auch öfter, ne? Nö, ich war zu weit weg vom Fastrader. Hätte ich nie geschafft, irgendwie hinzukommen zum Fastrader. Geh ja nicht in die Base spawnen jetzt. Ich kann immer in die Base spawnen, aber... Da will ich jetzt nicht spawnen. Ich glaube, bei mir landet ein Little Bird. Oh ja, der geht genau vor mir runter. Hab ihn. Ah, das ist der Typ, der dich vorhin erschossen hat, Tauti. Ach, du scheiße, der ist noch ein zweiter. Ah, der mich erschossen hat. Die Antonia. Dann hat der die Lapour jetzt im Rocksack. Sehr schön.